Wohin wir uns wenden, im Gewitter der Rosen, Ist die Nacht von Dornen erhellt, Und der Donner des Laubs, Das so leise war in den Büschen, Folgt uns jetzt auf dem Fuß. Wohin wir uns wenden, im Gewitter der Rosen. Woran erkennt man eine Metapher? Zunächst mal daran, daß sie wörtlich genommen blanker Unsinn ist. Es gibt kein Gewitter der Rosen. Eine solche sogenannte Genitiv-Metapher macht es uns normalerweise relativ leicht, denn in der Regel bezieht sich der Genitiv auf den realen Part der Bildkomposition. In einem Meer der Empfindungen beispielsweise sind die Empfindungen tatsächlich da. Das Meer drückt aus, daß es überwältigend starke und viele sind, gehen wir also davon aus, daß tatsächlich Rosen gemeint sind. Die Rosen kommen also wie ein Gewitter über uns, und wohin wir uns jetzt auch wenden, ist die Nacht von Dornen erhellt. Auch die Dornen müßten logischerweise real sein, wenn es vorher die Rosen waren. Ist auch die Nacht real? Werden Rosen in der Nacht überreicht und die Dornen, die im Gewitter der Rosen an die Stelle der Blitze treten, erhellen sie? Machen sie also schön? Hier würde eine solch einfache Bildbeziehung doch zu banal wirken. Lassen wir es allgemeiner angehen. Die Rosen, sicher als Zeichen der Liebe überbracht, werden für beide ein Ereignis, das wie eine Naturgewalt eine dunkle Stunde erhält, und Formulierungen, die gewöhnlich eine Bedrohung darstellen, werden hier zu Glücksgefühlen umgewidmet. Ein Gewitter der Rosen, Dornen erhellen die Nacht. Und der Donner des Laubs, das so leise war in den Büchen, folgt uns jetzt auf dem Fuß. Das Laub der Rosen, das unbedeutend, leise, war, solange die Rosen ungeschnitten im Beet und noch kein Zeichen waren, verfolgt uns. Aber wie gesagt, das bedrohliche Verfolgen ist umgedeutet in ein Glücksgefühl, das den Beglückten auf den Fersen bleibt. Nach Art eines Schlagertexters könnte man das Bild vereinfachen. Du hast mich mit Rosen erschlagen, ich habe mich zärtlich gerecht. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.